9. Januar 2013. Wir bringen die Leute öfters einen Hund, den sie nicht mehr wollen. Den wird er töten und das Fett wird ausgelassen zum Öl. Und da brauchen die Leute, die Räume haben, zum Einreiben. Und das Fleisch wird gegessen von verschiedenen Menschen. Und es ist sehr gut. Wir bringen Menschen auch Katzen, die sie nicht mehr haben wollen. Und die werden getötet. Und das Fleisch ist ganz lecker wie ein junger Haas. Und die Fälle sind begehrt für Menschen, die Räume haben. Und das Geschrei wegen dem Fleischessen interessiert mich gar nicht. Ich habe schon als Kind Hundefleisch gegessen, weil wir arm waren. Und das Lebensmittel ist noch abol过 die Wälderische Erangel. Das war's, dass ich die Kidir offensperren. Und die wurden von Sack trazer.